Der Future Rider, Day Zero. Ihr habt gesagt, ich war letztes Mal schon ziemlich hart zu den. Ich habe ihn ja so ein bisschen auseinandergenommen. Ihr wolltet, dass ich den Day Zero ausprobiere. Ich tue es gerne. Lass uns das mal anschauen. Jetzt packen wir das Ganze mal aus und schauen mal, was auf uns zukommt. Oh, ich habe Off-White auf Wish bestellt. Okay, okay, Moment, 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 Moment. Habt ihr ein Abo da gelassen? Sonst verpasst ihr Off-White auf Wish in Zukunft. Wollt ihr doch nicht, oder? Okay, Moment, Moment, Moment. Das wolltet ihr, dass ich mir anschaue, okay? Okay. Erster Eindruck. Überladen. Aggressiv. Boom. Neon. Too much. Farben. Silhouette. Das schaue ich mir hier an, Leute. Warum soll ich mir... Okay, das war natürlich ein bisschen gemeint. Off-White auf Wish bestellt. Aber da in die Richtung soll es hingehen. Das ist sofort erkennbar. Das erkennt ein Blinder. Man erkennt die DNA, was Puma hier probiert hat. Und ich finde, Puma kann so schöne Sneaker. Die können so tolle Sneaker machen. Warum versuchen sie immer so ein bisschen... Natürlich funktioniert es bei anderen. Aber man muss ja was Eigenes finden, was die Leute so annehmen. Und dann funktioniert es für euch. Ihr müsst nicht ständig probieren, Sachen nachzumachen und alles. So, ich bin sowieso von diesem ganzen Thema hier kein Fan von der Silhouette. Ich weiß nicht. Ich kann mich damit nicht anfreunden. Das ist für mich einfach unästhesisch unsexy. Und das, was ich hier bekomme, ist einfach... Too much. Ich will aber den ganzen eine Chance geben. Wir schauen uns mal die Außensohle an. So, die Außensohle... Haben wir sie in Neon Orange. Wunderschöne Farbe. Pfff... Brennt dir die Augen weg. Dann haben wir die Mittelsohle in so einer Art Baby-Blueish... Ja... Da geht schon fast so ein Vintage-Blue rein, ne? Okay. Angenehme Farbe. Aber schon wieder die Kombo. Dann haben wir Neon Grün. Auch das hat ja noch gefehlt. Großartig. Dann haben wir Weiß. Dann haben wir Grau. Rauleder-Einsatz. Dann haben wir diesen Puma-Schweib in Leder-Einsatz. Dann haben wir die Verstärkung hier. Und dann haben wir nochmal Silber reflektierend. Und dann haben wir hier nochmal Zick-Zack-Nähte in der neon-orangenen roten Farbe. Dann haben wir hier so ein geripptes Material um die Tau-Box. Dann haben wir die Laschen in neon-orange. Die mussten natürlich neon-orange sein. Die konnten nicht neon-grün sein. Dann haben wir die Baby-Blaue-Schnürung. Dann haben wir nochmal braune Schnürrle, die da durchgehen. Dann zieht sich das Ganze hier nochmal durch. Ach, das ist aber nett. Der Puma-Schweib ist auf der anderen Seite sogar so ein bisschen lila. Das ist ja aber freundlich. Vielen Dank. Mensch, das ist ja toll. Und hier, schau mal. Um die Schnürrung ist es nochmal lila. Die Laschen. Hier nochmal die Box in neon-orange. Dann haben wir das Ganze hier in Grau. Und was erwartet uns da hinten? Und nochmal ein Artwork drin. Großartig. Ein Schwarz auch noch. Oje. Das sind aber viele Farben. Dann haben wir hier so ein durchsichtiges Ding. Nein. Das hat nichts mit Ästhetik zu tun. Das hat nichts mit Schönheit zu tun. Und wenn das anzieht und damit rumläuft, Bro, dann setzt du dich nicht mit Sneakern auseinander. Dann setzt du dich nicht mit Schönheit in Form von, ja, Ästhetik ist Schönheit auseinander. Ein bisschen. Nein. Nein. Ich kann mich nicht damit anfreunden. Ich weiß nicht. Wir werden es gleich unfit anprobieren. So. Gar kein Problem. Aber. Ich kann mich nicht damit anfreunden. Bin ich voreingenommen, Freunde? Ich weiß es nicht. Ich mag ja schon die Silhouette des Daybreak sowieso nicht. Aber das, was ich hier bekomme, ist halt leider nicht schön. Wir haben hier um die Ferse zum Beispiel auch nochmal diese Stimmung, die aufhört. Theoretisch könnte man das Ganze hier komplett rausmachen. Will ich gar nicht erst, weil das sieht trotzdem schrecklich aus. Dann haben wir hier eine Art Kissen, um die Ferse zu verstärken, weil sie halt recht tief ist. Geh das Ganze nochmal ein bisschen nach oben, kannst du ziehen, reinhüpfen und der Fuß wird schon stabilisiert. Ja, super. So. Freunde, wir reden jetzt lang. Wir schauen uns mal das Ganze on feed an. So. Der Future Rider Daybreak. Also. Der Blick von unten nach oben, das ist mir immer am wichtigsten. Das sieht halt katastrophal aus. Muss ich einfach sagen, es ist katastrophal. So. Die seitlichen Silhouette. Ey, come on. Wenn du so ein bunter Vogel bist, der gerne auch bunte Sachen trägt und so, dann geht's durch. Komm. Dann kannst du das rocken. Dann ist das so voll dein Ding. Oder ein ganz simples Basic Outfit. Alles einfarbig. Zum Beispiel schwarze Joggers, schwarzes T-Shirt. Alles schwarz. Und dann ziehst du den an. Geht klar. Come on. Ich will jetzt nicht zu hart sein. Man muss ja auch so mal, Bude bei den Fischer auch mal ein bisschen ehrlich sagen. Er fühlt sich tatsächlich gut und feed an. Und wenn du ihn anziehen kannst, zieh ihn an. Dann fuck off. Keine Ahnung. Die Schnürsenkel, die da überall rumfliegen, die würde ich am liebsten rausmachen. Aber mehr kann man zu den Schuhen eigentlich nicht sagen. Ja, Silhouette gefällt mir nicht. Von hinten sowieso nicht. Ich weiß nicht. Also keine Ahnung. Irgendwie überhaupt nicht meine Welt. Es kann aber natürlich sein, dass er dir voll gefällt. Wenn er dir gefallen sollte, dann, Bro, zieh ihn an. Hör nicht auf mich. Das ist halt mein persönlicher Geschmack, den ich hier wiedergebe. Aber, hey, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, wie ich im Alltag damit rumlaufe und sage, hier, ich habe heute richtig coole Sneaker an. Das wirkt halt wirklich, klingt zwar voll mega hart, aber das wirkt halt irgendwie so ganz weird. Wirklich. Also, ich finde es für meinen Geschmack, ich betone nochmal Leute, für meinen Geschmack ein bisschen zu viel. Ein bisschen zu viel. Man kann dran arbeiten, man kann die Schnürsenkel vielleicht raus machen, keine Ahnung. Ohne diese ganze Schnüre drumherum wäre er vielleicht gar nicht mal so verkehrt gewesen vom Colorway her. Weil er doch sonst sehr clean ist, was man so von diesen Future Rider ja nicht kennt. Aber man hat es halt ein bisschen verkackt, indem man einfach diese Schnür drumherum gemacht hat. Uns ist allen bewusst, wo es hingehen soll. Ich würde jetzt aber hier keine Kaufempfehlung aussprechen. Also, ich habe 44,5, eine halbe Nummer größer genommen. Damit fahre ich hier tatsächlich sehr gut. Empfehlen kann ich ihn aber so nicht, weil ich ihn so nie anziehen würde. Ich würde so das Haus einfach nicht verlassen. Das ist einfach nicht mein Film, aber vielleicht deiner.